Moin, ich bin Jonas Renicke, 25 Jahre, dualer Student bei der Firma Peter Jensen. Ein Großhandel für Sanitär, Heizung, Küchen und Klimaprodukte. Ich habe mich für das duale Studium entschieden, weil ich die praxisbezogene Arbeit im Unternehmen sehr schätze. Ein typischer Arbeitsvertrag sieht bei mir so aus, dass ich morgens in die Abteilung komme, das zurzeit die Küche und Gewerbe ist. Dort mache ich mich mit den anderen Studenten mit dem Sortiment vertraut. Zum Beispiel haben wir da verschiedenste Armaturen, verschiedene Arbeitsplatten, verschiedene Materialien und auch verschiedene Elektrogeräte. Voraussetzung ist ein sehr gutes Abitur. Unter anderem sollte man aber auch zuverlässig sein, ein gutes Zeitmanagement haben und die Dauer beträgt sieben Semester. Dadurch, dass wir ein sehr großes Sortiment haben, haben wir auch sehr viele Abteilungen und das hilft uns dabei, uns selbst zu finden. Während des Studiums werden wir durch interne Schulungen unterstützt. Wir haben die Möglichkeit, immer Fragen zu stellen und es wird gut auf uns eingegangen. Es ist so, dass wir bei uns im Hause mit den Azubis unser eigenes Sommerfest planen dürfen. Das sieht so aus, dass wir uns dann meistens irgendwie im Stadtpark treffen und dann große Grillparty veranstalten. Wir machen bei uns im Unternehmen auch sehr viele Veranstaltungen, unter anderem Messen, das Oktoberfest oder auch die Konzerte live at night. Unter anderem haben wir aber auch noch einen Fitnessraum, wo ich nach der Arbeit trainieren gehe und am meisten gefällt mir aber das familiäre Miteinander und die Herzlichkeit der Kollegen.